So, die Präsidenten, Werner Schütt, Heinz Flickenschild, Karl Kurmann, Edmund Numsen, die haben seine Vorfahren gut gekannt und seine Vorfahren, gerade der Großvater, war ein ganz aktiver Schütze. Da ging das richtig rund im Dorf. Wenn die die Auge haben und Rudi Rösch und so, da wurde stark gefeiert. Und ich sage euch das, der liegt auf sehr, sehr großen Wert, auf sehr große Ansatzordnung. Seine Brüder, das sind die Enkel von Berner Hagen und der König heißt Jens Beckmann. Applaus So, das war es dann. Jens Beckmann, Frau Kölmann.